Hunger ist ein Problem. Heißhunger ist ein Problem. Hast du jemals übermässigen Hunger oder ein sehr starkes Verlangen nach etwas verspürt, das du lieber nicht essen würdest? Diese Arten von Hunger und Heißhunger sind gefährlich. Das Verrückte ist, dass die meisten Diäten verlangen, weniger zu essen, was wiederum zu mehr Hunger und Heißhunger führt. Jede Diät, die verlangt, weniger zu essen, wird scheitern. Der Mythos Kalorien rein oder raus ist völlig falsch und führt zum Scheitern und hier ist der Grund. Wenn dein Körper das Gefühl hat, dass es einen Kalorienmangel und nicht genug Nahrung gibt, wird er sehr konservativ. Er sagt, ich muss an dem festhalten, was ich habe. Wenn also jemand, der abnehmen will, aufhört zu essen, wird der Körper an seinem Gewicht festhalten. Wenn dich aber ein Kurs dabei anleitet, gesunde, sättigende und nährstoffreiche Dinge zu essen, passiert etwas Verrücktes. Du verspürst weniger Hunger, dein Heißhunger verschwindet und dein Körper kommt auf magische Weise in Form. Sei dabei und lerne, wie du nie wieder Hunger und Gelüste verspürst. Melde dich jetzt an und erfahre mehr.